Honesty is such a holy word, everyone is so untruth. Herzlich Willkommen bei Möbelmacher im Untergumbach direkt neben Westbrook im Nürnberger Land zum Buchstatter 170. Wir haben extra für die Menschen, die nicht zu den Untergumbacher Werkstatttagen kommen konnten, ein paar Videos gedreht und zwar von dem Bühnenauftritt von Christian Nürnberger. Eines davon sind die Möbelmacher, wo wir jetzt hier gerade sitzen. Und von der Billy-Jones-Story am Samstag mit Programm auf der Musik. Außerdem hat Wolfram Welzer für Bayern 2 ein Interview mit Christian Nürnberger. Der erfolgreiche Unternehmer Danzer macht da ein bisschen auf Understatement und tippt doch die richtige Frage an. Wir zeigen einen neuen Tisch mit schrägen Edelstahlbeinen und ein paar neue Relax-Sessel. Der Komfort-Weltmeister der Symphonie, dieser hier, der ist jetzt in der 15%-Klassik-Aktion. In der Kocheinrichtung Nr. 5 hat Diana Buritel sich mit der Schweinebinde beschäftigt und natürlich mit dem Funkbraten-Termometer von Miele. Jetzt hätten wir selber nämlich nie gedacht, dass er die Siegengipfel im Müggelmachern-Muster erwähnt wird, aber es gibt einen sehr schönen Zusammenhang, der nicht das Rindentuch. Wir durften ein wunderbares Bad fotografieren, lustigerweise ist es vor allem die Katze, die sich darin wohlfühlt und zwar ausgerechnet in der schönen Glasschüssel. Wir berichten von der Bio-Erleben, das erste Mal ohne Kochen, dafür mit sehr hohen Temperaturen und ganz viel Wind. Und wir hatten einen tollen Fischkochkurs, genau hier an dieser Stelle mit dem Hans-Peter Eberhardt und dem Norbert Meister im Rahmen von Heimat auf dem Teller. Wir sind den ganzen Sommer für Sie da, wenn Sie noch Fragen, Wünsche, Anregungen haben, rufen Sie uns doch einfach an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Besuch.